Hallo, hallo! Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Die NFL hat eine neue Regelung bzw. mehrere neue Regelungen herausgegeben jetzt zum Thema Wetten bzw. Geldwetten natürlich, die, ich wollte gerade sagen, mich persönlich betreffen, das eigentlich gar nicht, aber die ein bisschen was aussagen über die Sperren, die vor ein paar Wochen ausgesprochen wurden gegenüber vielen Spielern, hauptsächlich Lions-Spielern und das betrifft mich persönlich natürlich. Jetzt inzwischen gibt es noch andere Untersuchungen. Bisher wurden nur Lions-Spieler und einer von den Commanders gesperrt. Jetzt gab es noch einen von den Colts, der demnächst gesperrt werden wird und noch einen bisher ungenannten Spieler nochmal von den Lions. Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft noch andere Spieler von anderen Teams betroffen sind. Dementsprechend sehr wichtig, dass wir uns diese neuen Regeln jetzt mal angucken und dann, dass man vielleicht auch darüber nachdenkt, ob bzw. warum nicht es die Möglichkeit gibt, Einspruch einzulegen, weil, wie gesagt, man kann darüber streiten, aber ich finde sechs Spiele für das, was da passiert, ist schon ein bisschen hart. Gerade natürlich im Jameson-Williams-Fall, da reden wir auch nachher nochmal ganz kurz drüber. Aber erstmal gucken wir uns die neuen Regeln an. So, die Hauptregeln sind in sechs Punkte zu gliedern, die es jetzt neu gibt. Das eine ist, logischerweise, man darf nicht auf die NFL wetten. Warum, könnte man sich da immer fragen, manche Leute würden vielleicht sagen, ja, okay, dass man nicht auf seine eigenen Spiele wetten darf, ist schon irgendwo sinnvoll, aber warum darf man nicht auf die anderen Spiele wetten? Das hat was mit Integrität zu tun, das Ganze soll ein Wettkampf sein und dass da nicht auf andere Spiele auch gewettet wird, wo man vielleicht Insider-Informationen hat und so weiter, ist eigentlich relativ logisch. So, jetzt kommt das Nächste. Und das ist jetzt sehr genau formuliert. Früher war es quasi nur, du darfst nicht Geld wetten an deinem Arbeitsplatz. Und der Arbeitsplatz war für viele Leute dann logischerweise die Team-Facility, also da, wo du hingehst zum Training und das Stadion logischerweise. Jetzt ist hier nochmal explizit aufgeführt, was vorher anscheinend schon inbegriffen war, was aber offensichtlich keiner wusste, dass der Bus, wenn du irgendwo hin unterwegs bist und sogar das Hotel, wenn du irgendwo bist, dass das trotzdem zählt zu den Team-Facilities und quasi zu deinem Arbeitsplatz. Auch da, manche sagen vielleicht, ja, ist doch logisch, andere würden sagen, warum zum Teufel, es ergibt keinen Sinn. So ist es jetzt auf jeden Fall. Und auch da nochmal, das heißt nicht, dass man nur an diesen Orten nicht auf die NFL wetten darf, sondern an diesen Orten darfst du generell kein Geld wetten. Egal, ob auf die NFL oder College Football oder eine andere Sportart. So, das Dritte, auch wieder relativ logisch, nur weil ich jetzt nicht selber wetten darf, heißt es nicht, dass ich irgendwer mein Geld geben kann und sage, ey, ich gebe dir 500 Euro, setz die mal auf bla 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 und wenn die gewinnen, dann gib mir das Geld. Es wäre quasi, als würde ich selber wetten, das zählt natürlich nicht. Das Vierte ist ähnlich, das heißt, don't share insider information. Das heißt, angenommen, ich würde in der NFL spielen, ich kann jetzt nicht zu meinem Kumpel gehen und sagen, ey, wenn ich du wäre, würde ich am Wochenende viel Geld auf unsere Gegner wetten. Unser Training sah gar nicht gut aus. Wir haben drei verletzte Leistungsträger, die noch als questionable zählen, aber die spielen auf gar keinen Fall. Setz mal wirklich Geld gegen uns. Unser Quarterback ist krank, der kann nicht mehr als drei Schritte laufen. Das darf auch nicht an die Öffentlichkeit. Sowas darfst du natürlich auch nicht weitergeben. Das ist alles Wettverzerrung, was auch immer. Wettbewerbsverzerrung wollte ich sagen, aber das stimmt nicht. Es wäre ein unfairer Vorteil gegenüber dem, weil ich Insider-Informationen geteilt habe. Deswegen darf man das auch nicht machen. Don't enter a sportsbook during the NFL playing season. Auch relativ klar, relativ irrelevant für uns. Und dann das Letzte ist, don't play daily fantasy football. Ich habe ehrlich gesagt vorher noch nie irgendwas von daily fantasy football gehört. Musste mich da jetzt auch ein bisschen einlesen. Scheint ein relativ amerikanisches Phänomen zu sein, wo es halt alles sehr viel enger gegliedert ist. Du spielst es über eine Woche oder teilweise halt wirklich sogar über einen Tag und kannst damit Geld machen. Und das hat halt doch schon einen sehr starken Wettcharakter. Dementsprechend ist das auch verboten. Das sind die sechs Regeln. Und die sind relativ simpel jetzt. Die sind relativ gut aufgeführt. Womit wir zum nächsten Punkt kommen? Meiner Meinung nach, und ich habe es auch von anderen Leuten schon die Meinung gesehen, ist das ein kleines Eingeständnis von der NFL. Von wegen, ah shit, ja, wir haben die Regeln nicht deutlich genug gemacht. Nachdem 2018 oder so was in den USA was gekippt wurde. Vorher konntest du, glaube ich, sogar nur in Nevada wetten. Und jetzt ist es in über 30 Staaten, glaube ich, oder genau 30, wo du wetten kannst, legal. Und dementsprechend musste die NFL da natürlich auch ein bisschen was anpassen. Und jetzt haben sie meiner Meinung nach mit diesen Neuauflagen der Regelungen, wo sie nochmal alles klarifiziert haben, meiner Meinung nach zugegeben, dass sie vorher das nicht deutlich genug gemacht haben. Es gibt nämlich noch weitere Änderungen, und zwar, dass Rookies jetzt an so einem, ja, Educational Session steht in diesem Schreiben drin, also in einem Wissens, naja, Wissenslehrstunde, was auch immer, dass sie daran teilnehmen müssen, wo ihnen das alles erklärt wird. So, das gab es vorher auch nicht. Es gab eine Umfrage, die gemacht wurde von The Athletic, also auch so ein Outlet. Die haben fünf Spieler anonym befragt, von wegen, ey, wie war denn das? Wusstest du das mit den Regeln? Es waren keine, die betroffen waren. Wusstest du das? Hättest du das gewusst, dass du da nicht darfst, dass du hier nicht darfst? Und viele davon haben gesagt, beziehungsweise ich glaube, alle außer einem haben halt gesagt, ja, also theoretisch hätte ich das nicht gewusst. Und ja, es gab irgendwann mal Events, wo mit uns drüber geredet wurde, aber das war dann halt ein Tag nach dem Camp irgendwie abends. Und das eine Zitat, was da rausgekommen ist, der meinte so, ja, okay, nachdem ich jetzt den ganzen Tag Camp hatte als Rookie, da denke ich halt nicht unbedingt drüber nach, oh ja, wo darf ich gambeln, wo darf ich nicht gambeln, weil es einen vielleicht auch noch gar nicht betrifft, sondern ich denke drüber nach, wie mein Training war, was ich morgen besser machen kann und dass sie mich hoffentlich nicht cutten in der Nacht. Also ja, das ist glaube ich auch verständlich, dass das nicht der beste Zeitpunkt ist, einfach das irgendwie ins Camp reinzuschmeißen. Und dass es jetzt deutlich besser ist mit so einem Extra-Event dafür, an dem die Rookies teilnehmen müssen, damit das Ganze klar kommuniziert werden kann. Jetzt die Frage, warum legt da keiner Widerspruch ein, beziehungsweise, ich habe vergessen, wie es heißt, wenn man bei Vorgericht, wenn man irgendwas anzweifelt, wenn man dagegen vorgeht, ihr wisst, was ich meine, warum geht keiner dagegen vor, warum akzeptieren die einfach alle so ihre Strafe? Denn im Beispiel von Jameson Williams war es halt wirklich so, er war in einem Team-Hotel und hat auf College-Football-Geld gewettet, was er gedurft hätte, wenn er aus dem Hotel raus gewesen wäre, wenn er 500 Meter woanders gewesen wäre, wenn er zu Hause gewesen wäre. Also meiner Meinung nach wirklich relativ unlogisch, dass man das nicht darf. Ich finde es auch schade, dass es so geblieben ist, dass man es nicht darf. Ich finde, statt nur die Regeln weiter klarzustellen, hätte man durchaus da irgendwie was ändern können, dass das Ganze jetzt ein bisschen logischer ist einfach. Aber whatever, die Regeln sind, wie sie sind. Und dementsprechend ist es natürlich auch irgendwo gerechtfertigt, dass er bestraft wird. Ich persönlich, ich finde sechs Spiele dafür echt, echt rough, gerade wenn man es mit anderen Verbrechen, äh, Verbrechen, mit anderen, ja, doch schon mit tatsächlichen Verbrechen vergleicht, die begangen wurden, für die es dann eine gleiche oder tatsächlich sogar geringere Strafe gab in der Vergangenheit. Erstens, warum ist es so? Ganz klar, die NFL wollte da jetzt einen Punkt setzen und wollte ein Statement machen. Von wegen, ey, wir wissen, dass ihr gambelt. Wir haben es jetzt bei so und so viel, bei der Handvoll von Spielern oder zwei Handvoll von Spielern haben wir es rausgefunden. Und die werden jetzt extra hart bestraft, um quasi so ein Exempel zu statuieren, damit es in Zukunft keiner mehr macht. Ist an sich verständlich, deswegen, ich weiß, wo es herkommt. Ich finde es natürlich trotzdem doof. Ich glaube, ich würde es auch doof finden, wenn ich nicht Lions-Fan wäre, aber weiß ich nicht genau. Es ist halt schwer, mich da in die Lage hineinzuversetzen. Aber das Erste, was ich gedacht habe, war auch, jetzt gerade nachdem die neuen Regeln rausgekommen sind, ey, der muss das irgendwie, ähm, mir fehlt wirklich das Wort gerade, in Berufung gehen, was auch immer. Er muss es auf jeden Fall, er muss protestieren. Er muss sagen, ey, ich will weniger Spiele haben, was soll der Quatsch? Es gibt mehrere Gründe dafür, dass man das nicht macht. Der wahrscheinlichste Grund ist, dass diese Gambling-Regeln, also die Geldwetten-Regelungen, dass sie nie wirklich verhandelt wurden von der NFL und der NFLPA, Play Association, also der Gewerkschaft von Spielern sozusagen. Das heißt, die NFL hat da mehr oder weniger die alleinige Kontrolle drüber und kann machen, was sie will. Das heißt auch, was als Theorie von ein paar Leuten in den Raum gestellt wurde, beziehungsweise, ich glaube, Florio oder so hat es gesagt, als wäre es ein Fakt, aber das muss halt auch nichts heißen. Die NFL kann halt an den Spieler herantreten und sagen, ey, wir sperren dich sechs Spiele. Wenn du uns jetzt zwingst, damit wirklich vor irgendein Gericht zu gehen oder sowas und da wirklich alles offenlegen zu müssen und da bla 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 bla, dann werden wir dafür sorgen oder dann werden wir zumindest fordern, dass die Strafe deutlich höher ausfällt, dass es dann vielleicht zwölf Spiele sind oder eine ganze Saison. Und dementsprechend ist es dann für die meisten Spieler so, dass sie sagen, ah, shit, bevor wir das machen und dann eventuell habe ich mehr Strafe, da akzeptiere ich halt einfach das, was ich gekriegt habe. So, ich finde es schade. Ich hoffe, dass das Ganze nochmal thematisiert wird bei den nächsten Verhandlungen zwischen NFL und NFLPA, was aber auch noch ein bisschen dauern kann. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich da was dran ändern wird. Und das Einzige, was jetzt passieren könnte, ist, dass die NFL von alleine sagt, ey, wir haben erkannt, wir haben das nicht genug kommuniziert und deswegen sind sechs Spiele vielleicht doch ein bisschen hart. Wir machen vier draus, wir machen drei draus, wir machen zwei draus, was auch immer. Ich persönlich, so objektiv, wie ich drauf gucken kann, ganz objektiv geht es natürlich nicht, ich glaube, zwei, drei Spiele würde ich angemessen finden. Sechs ist wirklich schon echt, echt heavy, wenn man überlegt, dass das fast die halbe Saison ist. Aber na gut, so. Und das Einzige, wie gesagt, was passieren könnte, ist, dass die NFL das von alleine sagt. Wird nie passieren. So, da haben wir jetzt genug erlebt in den letzten Jahren von der NFL, dass wir wissen, die gestehen eigentlich nie wirklich selber Fehler ein. Und sowas wird nicht passieren, gerade wenn die Theorie ist, wenn das, was die meisten Leute vermuten ist, dass die NFL, wie gesagt, ein Exempel statuieren wollte und einmal hart durchgreifen wollte und sagt, ey, ihr dürft nicht Geld wetten. Und glaubt uns, das kommt raus und ihr werdet lange gesperrt und bla und hm. Also ich glaube leider nicht, dass da noch großartig was passieren wird. Abgesehen von dem Fall, den wir jetzt haben, mit den Spielern, die schon gesperrt wurden und die jetzt gerade anscheinend noch in Verhandlungen sind, aber wo jetzt gerade die Untersuchungen beendet werden, die dann auch noch gesperrt werden in den nächsten paar Wochen. Abgesehen davon ist es gut, was die NFL gemacht hat, die Regeln jetzt klarer darzustellen, nochmal öffentlich zu machen. Das sind wirklich die festen Regeln und dass es dieses Extra-Event für Rookies jetzt gibt. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Alright, sehr interessiert an eurer Meinung zu dem ganzen Thema. Schreibt es mir in die Kommentare. Es sei denn, es kommen wieder so Leute, die dann schreiben, die Strafe ist gerechtfertigt, weil die Regeln sind die Regeln. Was ist das für ein Punkt? Aber wenn ihr das schreiben wollt, dann schreibt es auch gerne. Das ist alles im Engagement. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.